Hallo und herzlich willkommen zurück bei Klasse Crashers, aaaaaaah, wir haben da gegriffen! Und warum kriege ich keinen Krokodil oder sowas? Keine Ahnung. Ah, danke. Ich hätte gerne einen zweiten externen Bildschub. Wo bin ich? Ich glaube, echt so, ich bin tot. Ups. Ja, da passt man nicht auf. Du bist nicht ernsthaft tot. Ich bin tot. Du bist nicht ernsthaft tot. Ah, jetzt fängt wieder alles an mir. Ich vermassel es eh wieder. Komm her, komm her. Wollen wir auf die Map gehen? Nein, wir gehen jetzt noch nicht auf die Map. Okay. Ich hab ja noch holles Leben. Oh. Guck, den hab ich auch schon. Komm, auf seine Leiche! Nein! Vielleicht ist grad mal kurz Schwarzbild, ich muss nochmal... So, jetzt geht's weiter. Ja! Und nochmal eben was gucken. Das ist halt das Schöne an Open Broadcaster. Du kannst aus dem Spiel... aus dem Spiel switzen... aus dem Spiel switzen... ohne dass was passiert. Come on, do it! Ich... Ich treff den grad nicht. Spätestens beim Katzenfebersee verkacken. Dann kommst du ja schon wieder, oder nicht? Nee. Da kommt der König. Ja, parat noch mehr. Parat noch mehr. Entschuldigung. Das ist Twilight, die Leute... Oh! Twilight? Ich hab kaum... am Leben verloren. Ja, du bist halt immer. Ich level einfach mal ohne dich. Ja, aber das ist schon viel. Scheiße! Ich will mir gleich diese Giraffe, die hilft einem schneller aufzusteigen. Echt? Mhm. Kann ich da rauf? Wow! Da ist er. Der Opa. Jetzt kommt die Katze. Ja, die schaff ich garantiert nicht alleine. Nö. Du musst immer diese... Guck dir das! ...Wellknölde aufhalten, sonst machen die das Schiff kaputt. Echt? Ja! Ja! Mhm! Ja! Jetzt kommt die an der Wolfe. Was ist so spannend, dir einfach mal zuzuschauen? Echt? Jetzt, jetzt kriegt sie mehr Schaden, wenn sie betäubt ist. Ja, stimmt, das seh ich. Geh weg! Geh weg! Aha! Help! Vorsicht, der Teddy! Geh weg! Pass auf den Teddy auf! Genau, jetzt, 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 jetzt! Jetzt mach ich den Boss ohne dich! Jetzt mach ich den Boss ohne dich! Scheiße! Ja! 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 Sagst du gar nichts mehr! Ja! Willkommen auf meinem Kanal, Leute! Ich muss jetzt eigentlich nur noch bei so einem Korb spielen, muss ich eigentlich nur noch aufnehmen! Genau! So sieht's aus! Einfach sterben und dann aufnehmen! Ja! Geh weg! Ja! 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 Ist ja schon okay! Ist ja schon okay! Ist ja schon okay! Ich will jetzt irgendwie auf die Katze zurück! Komm, mach die Katze! Mach mir die Katze! Nein! Guck mal, wie die mich verprügelt! Das ist wie meine Katze! Und schon eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Auch von der Größe her ist alles... Natürlich! Sehr identisch! Geh weg! Ja! Jetzt! Drauf, drauf, drauf! Warum? Du hast sie nicht getroffen! Bam! Ich hoffe ein paar Mal! Lass mich raus! Lass mich raus! Miau! Was ist jetzt los? Vorsicht! Die knallt gleich gegen das Schiff! Nein, die knallt nicht gegen das Schiff! Doch, knallt sie! Nein, die knallt sie nicht! Doch! Oh! Hm! Mach ich mal! Ich hab Angst! Ja, wie die einfach nicht treffen! Das liegt an dir! Da wo du hinschwimmst, äh... Die schießen nur geradeaus und wo du hinschwimmst, äh... Ja, triffst halt die Kugel dann! Ach so! Oh, stimmt! Die schimpfen lässt du jetzt! Jetzt! Komm! Geh doch! Hopp, 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 hopp! Ich kann so ohne mich! Geh doch weg! Du bist gleich down! Geh doch weg! Ihr will nicht geschlagen werden! Ich find's grad richtig asozial von mir! Oh, kacke! Ich bin gleich tot! So, sie laden nach! 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 Und... Bam! Nein! Vorbei! Okay! Oh, scheiße! Kann ich hier auch? Auf den? Ja, könntest du! Dann nicht auch! Oh, das ist wie alleine! Wie geil! So, sie laden nach! Komm! Komm! Blatter! Blatter! Gib jetzt! Mach's den Raum! Mach's den Raum! Ja! 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 Du bist der übermäßige Burner! Scheiße! Ja! Erstmal! Oh, kacke! Scheiße! Wie meine XP? Einfach nur Stein! Erstmal 300 XP mehr! Oh, das tut mir leid! Das tut mir leid! Das tut mir leid! Scheiße! Ich hole mir jetzt die Giraffe! Weil ich's kann! Oha! Ich mach mal ausgeglichen! Oh, kacke! Oh, kacke! Oh, kacke! So! Alter! Das haben wir vergessen! Ja, haben wir! Aber jetzt haben wir's ja gemacht! Ja! So! Und da sind alle unsere Türchen! Oh, was ist das denn hier? Für'n Hund? Was ist das denn hier? Was ist deiner? Ja, den hab ich ausge... Den hab ich ausge... Den hab ich ausge... Den kann ich gar nicht gehen! Den kannst du doch mal ausgraben, wenn du möchtest! Können wir ein bisschen weiter nach hinten gehen? Ja, ja, ja! Hier, das war der, der die Gegner angreift, glaub ich, ne? Right! Mhm, mhm, mhm! Den... Das ist auch deiner? Vom DLC? Ja! Ne, ne, das ist nicht vom DLC! Das hab ich mal freigeschaltet, indem ich hier hochgesprungen bin! Das kannst du auch mal machen, da oben! Ach, da oben? Ja, da kommt man doch nicht hoch! Ja, da musst du dich hochschlagen! Und... Also, das schafft man schon irgendwie! Nein, das ist mir jetzt auch... Also, ich hab's ja auch geschafft irgendwie! Ich find's aber kacke, dass, ähm... Dass es die Tiere nicht doppelt gibt! Wie doppelt? Du kannst jetzt die Giraffe nehmen, aber ich nicht! Das ist ja gut so! Ja! Das ist ja gut! Zum Shop oder nicht? Ja, warte! Ach, können wir die... Äh... Welch nächstes Level bin ich? 6... 15... Ist das 1... 1... Agilität... 15... 5... Ja, das könnte ich ja auch nehmen, im Prinzip! Was ist das? Agilität... Was ist das da? 10... 15... 1... 20... 10... 1... 10... 10... 1... 1... 1... 10... 1... 1... W lög schon! Hm... 1... Ne, die haben wir doch beim Boss, sag ich jetzt mal. Hm, ganz schön. Was ist das? Plus drei Verteidigungen, Schere. Wohl. Das hier. Das ist auch cool. Welches Level waren wir überhaupt? Äh, 20, 20. Aber das hier gehört zu deinem DLC, ne? Weiß ich nicht. Also hätte ich die schon gar nicht nehmen können. Außer durch den schönen Bug. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme immer das da. Ein Brokkoli. Brokkoli of Doom. Das ist LBD wie ich. Nur mal, damit ist man tausendmal schneller. So, jetzt noch zum Shop. Ja. Äh, wo war ne Shop hier? So. Ups. Gut. Ich wusste gar nicht, wie viele ich hab. Ach, jetzt. Äh, nee, warte mal. Was hat das hier? Gut. Fertig? Ja. Wollten wir nicht jetzt nach der Katze erstmal wieder nach dem Boss. Wieso? Schluss machen? Was haben wir? Äh, könnten wir im Prinzip, ja. Vorher gucken wir noch in den D-Mails-Laden. Ich glaube, hier war alles sehr teuer. Ja, genau. Aber hier gibt's Bomben. Bomben. Nee, nee, ich hole mir keine Bomben. Wie viel was waren denn? Oh, tut mir leid. Ist egal, ist egal. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wie der. Jupp. Bis dann. Tschüss.